Muss ich da jetzt mich zurück verwandeln? Ich glaube... Ich glaube, das war richtig. Was für einen alten Mann? Soll ich denn hier in die Flöte spielen? Hier, das weiß ich. Bäm! Eine Flugente. Oder was ist das hier? Wie heißt denn der? Donald? Das kann ich denn übrigens rufen und dann mich an ein paar Punkte von der Welt hinfliegen lassen. Hier war das genau. Das heißt, ich muss hier rein. Oh, scheiße. Ich dachte, ich kann da durchlaufen. Ich mache wieder kurze... ähm... wie sagt man? Mir ein paar Skills vorher holen. Damit die anderen Bosse direkt leichter sind. Skills. Das ist alles. Wohl eher. Wohl eher. Hör auf mich zu belästigen, sind ja alle das Gleiche. So, wir gehen hier Dungeon... was ist das hier? Dungeon 4 direkt. Wir überspringen mal zwei Stück. Die Karte haben wir. Das ist hier auch so ein komisches halbes Labyrinth, ey. Oh, Bienchen. Wenn euch das Ding berührt, dann werdet ihr zum Hasen. Interessant, oder? Also, die Dungeons sind alle eigentlich richtig einfach, wenn man weiß, wo man landen muss. Ich hab, glaub ich, grad den Faden verloren. Ne, ich weiß, wo ich landen muss. Boah, fuck. Das ist doch easy peasy. Kompass! So, und hier haben wir den Boss-Schlüssel. Boah, ich wollt schon längst Pause machen, ey. Ich trottel, bin schon immer noch am Aufleben. Oh, fuck. Gäschen. Boadibodibodibodih. Fuck. Der hat gesehen gekonnt ausgewichen. Hm. Bing, 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 bing. Bing, bing. Hap, kusch dich, scheiß Feuer. Ah. Nee, sag also. Ich hab eh viel zu viele Herze, nur die ganzen, äh, wie heißen die, die ganzen Feen hab ich ja noch. Mah. Scheiß Feuer. Jetzt bieb ich schon wieder. Achso. Ja, genau, flieg mal da rein, doofes Vieh. Echt mal. Heftig, heftig, genau da rein, ey. Läuft. Ping. Bing. 꽃. Glub. Wie viel Leben haben sie denn, ey? war klar da wo ich jetzt gerade keine rubine mehr brauche kriegt die dinge tonnenweise so es werde licht dann hole ich mir meine bomben zurück ich kenne ja echt alles hier noch jeden scheiße doch ich bin grad eigentlich brauch wohl später noch die ganzen rubine so dass wir so so was war denn hier nochmal was war denn hier unten immer mehr münzen äh rubine und hier kriegen wir gleich oder doch ich danke dir süßer du hast mich mir das leben gerettet begleite mich nach draußen am arsch die folgten jetzt übrigens den ganzen weg so der kraft handschuh ach ja der du hast den titan handschuh damit kannst du die dunklen schweren steine heben die vorher nicht von der stelle zu bewegen waren das ist das warum ich eigentlich in den level gegangen bin in das level gegangen bin das ist das hier muss ich eigentlich nicht rein aber ich gehe einfach mal rein um die karte aufzudecken die karte aufzudecken die karte aufzudecken die karte aufzudecken und dann tötet wir waren das mit dem ich glaub das war mit dem hammer ne darf ich den ne doll op ich bin mehr kaputt als dass das ich mich heile Ey, der Hammer Alles mit dem ersten Treffer und so So, wir haben Licht gemacht Sie sagt, ich soll sie nach draußen bringen Dunkelheit und so Und wer hätte das gedacht Das ist viel zu hell Es ist der Endboss Oh, fuck Ich weiß gar nicht, wer soll ich nehmen Die einfach so hochschlagen, ne, denke ich mal Jetzt fliegen die Köpfe hier rum Komm raus da Oh, Alter Call of Duty hier Viel zu viel live Warum ist das langweilig Das ist viel zu leicht Und fertig Jetzt haben wir Kristall 4 direkt Äh, joa Dann war ein übersprungen Klimka Ich danke dir Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit Damit die 7 weisen Das Tor in die Schattenwelt Durch ein Siegel versperren konnten Kämpften die Ritter von Hyrule Ohne Rücksicht auf Verluste Gegen furchtbare Monster Viele ließen dabei ihr Leben Aber sie taten es für Hyrule Du bist vielleicht der letzte Direkte Nachfahre dieser tapferen Streiter Und nur du Kannst der wahre Held werden Wir vertrauen dir Du wirst Ganon bestimmt vernichten Zeige deinen Mut Ähm, ja Ich hab immer alles verstanden Möge der Weg des Helden Zum Treeforce führen Läuft Schon zweite Reihe Herzen Hab ich Wie man sieht Und hier ging das Genau Hier konnte man ein Herzteil finden Ich glaub Ich probier das mal ein bisschen So Save Zack 30 Rubine Ich versuch's mal Fail Oha 100 Rubine Achso Nur 2 Kisten Okay Raus rein Oh das hat sich ja gelohnt Für den ersten Versuch Direkt ein 100er kassiert Tue ich mal wieder speichern Ich versuch's Lol Wieder 100 Ist ja heftig Ein Pfeil Also ich glaub Ich brauch gar nicht mehr speichern Irgendwie hab ich jetzt Sowieso schon Gewinn Aber ich mach's trotzdem Dann brauch ich nachher Nicht so viel sammeln Und dann geht das Ganze Auch hier ein bisschen schneller Mit dem Let's Play Ein Herz Herz Herzchen Herz Herz Ich versuche es Da haben wir's Bombe Ohne viel rumzuprobieren Und nochmal Ey das ist ja heftig Also das ist nicht mal ein Luck Run Krass Ich weiß nur Damals hab ich mal ein ganzes Geld hier verspielt Die ganzen Rubine Ey waren alle weg Horror So ein Skelett-Dinger Heftig 626 Rubin Und hier sind noch vorbei ich hab voll ich bin voll krass 9 26 gleich habe ich maximum so ich bin jetzt ach so hier ist ja was vergessen ich muss erst da unten naja also die aufnahme geht hier schon eine halbe stunden ich mache jetzt mal pause und sagt dann mal bis zum nächsten mal wenn euch was gefällt schreibt kommentare und so abonniert mich helft mir und ja dann speichern und ende bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020